Hallo liebe Freunde, kaum fangen wir an mit den infoblüffenden Minuten mit Benzai, wurde ich doch heute tatsächlich verblüfft. Und zwar haben wir unsere Eheringe gekauft in Münster, in der Trauring Lounge Aurelius. Und dann mache ich heute den Briefkasten auf, beziehungsweise finde die Pakete und schaut mal, was ich gefunden habe. Hier ein super Präsentkorb, dabei noch ein Gutschein und ein total nettes Anschreiben, eine Merci-Schokolade, eine Flasche Wein und ja, das finde ich super. Also ihr seht, Kundenverblüffungen gibt es auch total positiv. Also vielen Dank an die Trauring Lounge in Münster, Aurelius, sehr empfehlenswert. Ihr habt mich verblüfft. Dankeschön, die infoblüffende Minuten mit Benzai gibt es nämlich auch super positiv. Ciao, ciao.